Moin moin und so weiter zu, äh... Let's play Path of Exile together mit Dimteron und mir. Wir befinden uns im tiefen, tiefen Wald. Und, äh, wir sind immer noch bei der Quest The Way Forward. Ja. Äh, you have made your way to the forest. Also wir sind der Akt 2 für alle, die es noch nicht wissen. Find the encampment and look for someone who knows where the other side of the block passes. Ähm, heute übrigens aus meiner Sicht. Wir haben ja gesagt, wir wechseln uns immer ein bisschen ab. Und, äh, ja, diesmal bin wieder ich dran. Wir machen jetzt mal einen Wechsel, eine Folge eher eine ich. Und das ist ja mehr ein Urwald als ein normaler Wald, oder? Mhm, und hier geht's mir über eine Summe ab. Oder seh ich das falsch? Ja, sieht die im Zumpf aus. Aber extrem geiles LoL, hier kommen Affen runter. Ja, hast du nicht letztens schon gesehen? Die haben wir gleich im letzten Part schon gesehen. Ja, vergesslich. Ja, ja. Weil wir haben heute auch schon Rayman Legends aufgenommen, ein bisschen wieder, äh... Ja, glaub ich, vier Parts hintereinander. Ja, ihr wollt ja Tag für Tag, äh, ein bisschen unsere Fades und so weiter sehen. Sonst hoffen wir, dass ihr sie sehen wollt, weil sonst, äh... Haben wir uns verplant! Das ist richtig. Was ist denn das? Bone Spirit Sheet? What? Ich sollte vielleicht mal wieder hier... Bam! Ja. Naja, wir schauen uns jetzt mal um. Hier ist Monster Difficulty, ja, 15... So ist mir alles machbar. Powering! Und ich bin wieder ein Level... Ach ne, das ist ein Diamant, der... ... ready zum Up-Leveln ist. Wo bist du? Ja, ich... Ja, gute Frage. Wo steht das mit dem, mit dem, äh, Level? Rechts oben bei mir. Steht auch The Forest. Steht bei mir gar nicht. Echt? Dann ist das halt anders. BAM! 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 Achja, in der letzten Folge, für alle, die sich wundern, ich hab ein bisschen... Jetzt bin ich Level Up. Ein bisschen um, äh... Geskillt, in Anführungsstrichen. Also andere Diamanten mal rein und Edelsteine. Und, äh... Ja. Deswegen hab ich ein paar andere Skills. Unter anderem meine Frost Aura hab ich nicht mehr, weil... die ich dir dann auch nicht mehr ableveln konnte. Ich kann hier auch schon wieder eigentlich ableveln. Fireball. Welche ist denn das? Burning Arrow... Fireball. Den sollte ich auch mal rausnehmen. Aber das bringt mir dann auch nix. Burning Arrow... Äh... Burning Arrow... Burning Arrow... Burning Arrow... Faster Project Heads... Poison Arrow... Split Arrow... Wo ist denn der? Fireball. Der blaue. Kann ich nicht ableveln. Schade, wo bist du eigentlich? Ich seh dich schon wieder gar nicht. Ich bin weg. Da vorne. Alter, bist du weit vorgerannt. Ähm... Brauchst du den vielleicht? Was? Einen Fireball. Da braucht man... Intelligenz zum ableveln. Ich bin nicht so intelligent. In-Game zumindest. Ja, kann ich mal nehmen. Ähm... Ich glaub hier kann ich ihn rauswerfen. Komm... Der ist sogar schon Level 2 also... Und ablevel bereits. Nicht das mitkrieg. Ja, hast du was hier. Level 2. Ähm... Der liegt immer noch da. Ja, ich weiß. Ähm... Ich hab auch ein Ring. Welcher ist denn der? Das ist ein blauer. Ach Gott, nee. Das ist scheiße. Achso, du hast ja... Das war ja das Dilemma mit dem blauen Sockel, ne? Ja, ja. Ich hab viel zu wenig blaue Sockel. So war das... Ähm... Der, der dir ein bisschen Leben gibt. Plus 25. Hast du Interesse dran, oder? Ja, kann ich nehmen. Also ich hab glaub mal zwei Ränge mit plus... Die jeweils plus 24 ma... Ähm... Mana? Brauchst du Bedingungen unbedingt? Ja, Mana Leben. Nö, eigentlich nicht. Also mit Mana komm ich sehr gut zurecht. Da würde Leben eigentlich mehr passen bei mir. Wow. Komm. Na, wo ist der hin? Bam, 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 bam! Scheiße, mein... Ähm... Großer, Böser. Ich schmeiß ihn mal hier hin? Ja. Coral Ring heißt er. Okay, hab ihn... Jetzt. Na gut, da kann ich ja immer umtauschen. Jo, kannst du machen. Ich, äh, battle derweil ein bisschen. Aber hast du irgendwas angemacht, dass du, äh, hier, äh... Level siehst von... Gleich irgendeine Taste, weil ich hab mir da immer drauf rum, weil ich nie weiß, welche Taste was ist. Okay, alles klar. Also irgendwie die Affen... Also... Haben sie die Aggressie vor? Ja, aber, äh... Ich finde das Setting auch einfach geil gemacht hier. Ja, also da zeigt mir das Spiel, dass es doch grafisch etwas drauf hat. Da ist ein... Goldner, und das ist Free-to-Play, also... Natürlich kann man wie immer überall hier sein Geld, äh, reingehen, für irgendwelche Special-Eteams oder sonstigen Gedöns. Aber... Geht's ja? Hey, cool, ich bin auch mal Level Up, yay! Aber man braucht es nicht unbedingt. Ja, also bisher sind wir verdammt gut, ohne überhaupt Geld reinzutun. Ausgekommen. Schweige denn... Wo ist denn denn der Spacko? Wo ist denn der Spacko? Ja. Na ja, die brückeln sich schon drum. Macht mal, Leute. Ja, ich glaube, wir ist toll. Gut, währenddessen kann ich ja einen Punkt auswählen. Ja, muss ich auch noch, hab ich ganz vergessen. Ähm... Ich freu mich schon auf den nächsten Level, weil dann kann ich ein... Zombie mehr, und... paar Skelette mehr... Ich hab mich hier nach oben ein bisschen entschieden wegen... Einerseits möchte ich hier hin, zu dem Bogengedöns. Aber andererseits möchte ich auch... Wo war dat? Hier... Hier? Ich weiß nicht, ne, hier hin. Äh, und hier, das war Acrobatics und Face Acrobatics. Ne, das wollte ich nicht. Was bringt mir denn das hier? Evasion in life. Was war nochmal Evasion? Ausweichen? Ähm... Pff, das brauch ich jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn hier unten noch? Auch noch irgendwas Interessantes? Das ist nur Nahkampf. Oder das Oak? Nein, das brauch ich auch nicht. Hier unten ist nur so'n großes... Da könnte ich noch hin. Was bringt mir das? Äh... Increased physical damage with both. Oh. Okay, ich glaub ich hab grad ne neue Richtung gefunden, in die ich gehen möchte. Na dann, auch gut. Ja... Okay, wo bist du? Ah, da oben. Tja, äh... Der Tag an dem die Folge rauskommt, ist äh... Genau ein Tag nach der... War... Also was heißt, eine Woche nach der War, so muss ich das sagen. Eine Woche? Ich dachte, da kommt morgen raus. Nein! Morgen kommt deine. Ach stimmt, ja. Ähm, Meatripper, da ist ein Boss. Irgendwo. Ja, den hab ich gesehen, der wird... Ich kann ihn... Morgen kommt, äh... Deine. Jaja. Ich... Ich hab meine vergessen. Hahaha. So unwichtig ist jetzt... Auch wenn ich aber... Ähm... Wo müssen wir eigentlich hin? Hier oben geht's weiter. Forest Encampment. Hey, da müssen wir doch hin, oder? Weiß nicht. Ja genau. Find the Encampment. Genau. Haha, ja gut, dann haben wir mal richtig. Yay! Äh... Wir sind mal richtig... Waypoint. Ist das ne neue Stadt? Ja, das ist ne neue Stadt. Wir reden mal mit Groist. Join PvP! Wow! W-w-was? Mit PvP? W-w-w-wie? P-v-w-wie? Bei meinen Typen? Wo? Bei meinen Typen. Ich laber erst mal mit denen. So, hier kann ich wer verkaufen. Ähm... Du kommst dahin, du kommst dahin. Ich weiß, ich verkaufe jetzt wieder ohne... Hier sind die Besoldante. Wo ist die Schreiber? W-w-w-wo? Wo kann man PvP machen? Am einen, wo ich stehe. Ich komme sofort. Entschuldigung. Welcher Typ war das jetzt nochmal? Ich hab's wieder vergessen. Der hier! Hello. Da stand, äh, Join PvP. Wollen wir das mal machen? Äh, nee. Ich lose PvP immer ab. Komm, wir machen das mal. Just for fun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse dich jetzt schon. Ähm, 3 auf 3. Level Cap 28. Ja, wir sind jetzt im Moment... 18. Wir haben keine Chance, wir haben keine Chance. Bist du schon drin in der Warteschleife? Ja, ich bin ja auch drin. Wir sind in einer Gruppe. Okay, vielleicht hat auch keiner Bock. Wir machen so weiter, oder? Ach komm, wir machen so weiter. Ja, das ist... Planänderungen müssen manchmal ganz schnell durchgeführt werden und mein Bier ist gleich alle. Nein, ich trink kein Bier, ich trink alkoholfrei. Ob das einen Unterschied machen wird? Ich weiß, in beiden kommt das Wort Bier vor. Auf jeden Fall wart ich bei den Old Fields bei dir. Ja, auf dich. Oh, Old Fields, ich komme! Weil wir wollen das, äh, großartige Weise Scheißviech töten. Was? Ja, The Great White Beast. Ja, töten! Ähm... Ja, dann müssen wir töten. Hier oben sind schon mal welche. Hier sind Scouts. Ja, ihr könnt euch nicht mit mir betteln. Hey, Diamante ist fertig zum Aufleveln. Wollen wir seitlich gehen, anstatt gleich da auf der Straße? Loll. Okay, ich geh dann allein. Hier sind wir Affen. Loll. Loll. Ruhm. Loll. 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 Ich komm gleich. Ich hab nur wohl noch was zu tun. Ich hab ihn schon lange erledigt, aber naja. Das war nämlich nicht der Boss. Der Boss war ein anderer. Überraschung. Ich erkunde hier mal... lol, schon wieder ein Boss. Ist es schon wieder die Golden Week, oder was? Golden Sunday könnte es sein. Das wär mal interessant zu wissen, ob's die Golden Week wieder ist. Na, Golden Week erinnert mich nur an, äh... Lol, hier ist eine Robe. Eine goldene. War auch cool. Ähm... und ich geb sie dir. Weil du sie wirklich brauchst. Ach, wie nett du doch wieder bist. Ja, ich kann sie gar nicht nutzen. You know, äh... Die Sachen mit der Intelligenz und so. Bist du oben langlaufen? Ja, da bist du. Lol, du hinterlässt eine Gegnerspur, die ist unübersehbar. Rival Chess. Ist doch auch was. Hey, die Scouts, die können's einfach nicht, ne? Ich mach die fertig. Siehste, da ist der Titan. Komm her! Hilfe! Der da. Ja. So eine Steindönse. Ja, mei. Arctic, äh... Zeug alles. Ähm... Hier übrigens, also Wix hat... Eine, eine Robe. Gib dir ein Energy Shield von 50. Das ist schon mal mehr. Dann plus 24 Leben. 23 Increased Energy Shield, äh... 17 Kälteresistenz und äh... 23% Increased Block and Stun Recovery. Hey, ist das neu gemacht worden? Ja, ich hol's mir gleich. Wenn du's rauswerf... ... hat das wirklich ne Animation als Werderstoff. Oh mein Gott, hier ist echt die Golden Week. Das ist schon wieder ne Robe. Ja, und du hast sie mir geklaut. Ja, und du kriegst die andere dafür. Aber die ist eher was für mich. Wo liegen die? Ich hab sie noch nicht rausgeworfen, weil du ja die ganze Zeit am fighten bist. Wo liegen die? Komm her. Und jetzt, jetzt scroll mal mit ran. Und guck dir mal an, wie sie rausfliegt. Ja, okay. Ja. Toll, jetzt hab ich genau ein Inventar von. Hehehe, ich hab sie wieder eingesammelt. Ja. Stepp. Hier. Auf jeden Fall ist sie nicht schlecht. Ja. Bitte. Dein Zombie ist ja auch geil. Wie viel Pfeil... Das erinnert mich an Minecraft. Wie viel Pfeile der drin stecken hat. Guck dir das mal an. Hehehe. Zombie, der muss ja nur leben. Mach mal ein Screenshot. Nicht überleben. Ähm, okay. Alles klar. Äh, ja. Wie gesagt, ich denke die Robe ist was für dich. Könnte was für dich sein. Ja, ja. Die hat ja immerhin zwei blaue drin. Das ist auf jeden Fall was für mich. Ach, die hat blaue, ähm... Ja. Plätze? Ja. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Ich dachte nur wegen den Stats und so. Auch. Die ist... Voll okay. Leute, hier ist schon wieder ein Goldner. Alter, was magst du den ganzen Tag? Wenn dir langweilig ist. Den ganzen Tag? Das ist jetzt wohl ein bisschen übertrieben. Kommst du mal her? Äh, resist elemental damage immune to curses can gain endurance charges on hit. Wo bist du? Links oben. Alter, ja, da oben. Ja und, so geht's mir die ganze Zeit mit dir. Ich hab doch dich nur wieder nachgemacht. Ich mach bei dem überhaupt keinen Schaden. Ja. Der ist aber auch ein bisschen resistent. Okay, danke. Ich hab allerdings keine Ahnung, wo wir hin müssen. Null Ahnung. Aber irgendwo unten hin. Weil da unten kann man das Biest töten. Boah, ernsthaft? Was? Der ist gegen mich antreten. So ein Bogenschütze, so ein lausiger Bogenschütze will gegen mich antreten. So ein Scout. Ne, aber ich denke wir müssen runter, weil da Karte müssen wir eh auch runter. Hä? Gut, klar. Vielleicht auch nicht da hin. Da oben hin. Hier geht's runter. Na okay, dann gehen wir da auch runter. Ist... Boogie. Tja, so ist das. Boogie, boogie, doogie. Rival chest. Und ich hab einen Kasten. Oh, Junge. Lass mich in Ruhe. Guck mal da! Heidexte kam raus. Heии! Super! Ich will nämlich schon vielleicht das Vieh hier noch töten. Heute. In der Folge. Ja, das wär natürlich cool. Große Ankündigungen. Nichts dahinder, wär nimmlich schon bisschen kacke. Heute töten wir ein Vieh? Oder auch morgen? Hier sind zu viele Gegner. So gut bin ich nur aufwähig. wenn ich ja ich habe kämpfe auch gerade wieder gegen so ich werde sterben aber hauptsache ich sehe ich gar nicht mehr auf der karte lauf einfach dann runter den weg lol die machen echt damage lol komm arm okay ich habe es irgendwie überlebt ich kämpfe hier gerade gegen titan ich auch er hat verloren ich hoffe nur ich finde dann endlich mal den weg hier in das andere ding ich bin nämlich schon wieder ganz unten an der karte angelangt ich gehe dann mal runter mal schauen ob ich dich irgendwann treffen könnte werde vielleicht was willst du affe nein ich rede ausnahmsweise mal nicht von dir was ganz neues hier aber auch da ist ein boss schon wieder und er hat einen ziemlich großen lebensbalken der lebensbalken war groß aber das ist so schnell darum gegangen ist kann man gar nicht in worte fassen sag mal wo ist denn hier bitte der weg zu dem viech da bist du lol ich war viel weiter links noch links ist relativ ja das richtig aber ich glaube wir könnten hier richtig sein das sieht ganz gut aus ja hier geht es rein zu crossroads schauen wir mal rein die folge muss dann irgendwann mal rauf wenn ich brauche wieder bier muss nach schenken jetzt hättest du dich vorn drum kümmern müssen tut mir leid äh scheiße wir sind falsch nämlich gelaufen so viel ist sicher müssen wir zurück oder was ja das war in der anderen welt aber das ich kann mich nicht da unten aus kein plan ich bin dafür wir machen portal und gehen zurück und verkaufen erst mal gut wie viel hast du mal ich habe ich habe schon aufgemacht 8 8 ok ich habe weniger okay alles klar du bist hier rein auch immer du bist ich bleib ach du verkaufst gleich bei kreust und er hat sich allen ernstesten wildschwein als unterhose als schlepper wenn er nicht hat schlepper war also als hose gemacht ja alles klar daran daz stand vertrauen zu wecken nämlich sowas Tja... So ist dat, ne? Auf jeden Fall... Bist du soweit? Ja oder nein? So... Ich hol nur grad wieder paar blaue Steine, um die reinzusetzen... Meiner war der beste... So, Herr Next ging deinen... Ich hab noch einen grünen, einen blauen Slot, noch einen grünen, einen blauen Slot, und noch einen blauen Slot, und noch einen roten Slot frei... So, ich geh wieder durch... Warum? Wir machen Schicht im Schacht... So, dann mach mal hier Schicht im Schacht, das ist egal, mit deinen drei Zombies und deinem Stab hier... Ja, mein Schlagstab... Tja, das war's mit der nächsten Folge, das war Folge 14... Viel Spaß da noch, und so weiter, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, hier in Path of Exile bei... Ähh... Den Old Fields, wenn wir dann hoffentlich die richtige Abzweigung zu The Great White Beast nehmen... Ne? Ja... Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.